Tag 1, Montag. Eine Kiste verschrottet uns zu viel Freizeit. Jo! Oh, da starten wir mal in Kapitel 1. Was für eine Nacht. Alkohol, Kotze, Blut und ich glaube ein Esel war auch dabei. Zwei Esel oder drei. Zeit zum Aufstehen. Schätze, ich sollte heute noch zur Arbeit. Na, nein, nicht noch. So. Also. Dann schauen wir uns hier mal um. Dann, Automat, haben wir hier. Na, supi. Scheiß Spielkonsole. Das Ding hat meine Bildung, mein Liebesleben und meine Tiefenwahrnehmung auf dem Gewissen. Hm, naja. Das ist irgendwie absurd. Ja, wieso nicht? Mit Konsole reden. Tue ich fast jeden Tag. Bin doch nicht irre. Hab das Spielen vor Jahren aufgegeben. Die hab ich nur noch aus Nostalgie hier rumstehen. Und weil ich sie nicht in den Weg kriege. Ja. Schachtel voll Krabs. Hier, ist euch mal aufgefallen, was das dort in der Mitte ist. Ich verrate's euch nicht. Ich sag euch jetzt mal nicht, was das dann in der Mitte ist. Wer's nicht weiß, ist selbst schuld. Ich hoffe, ihr wisst, was das ist. Ein Teil aus einem sehr guten Film. Ja. Eine Anspielung. Nee. Auch ich gerade nicht. Aha. Dann schon lieber mit Leuten reden. Ach, so ein bisschen. Nur ne Kiste mit Zeugs. Da ist nichts Nützliches dabei. Völk. Mit dem Talk. Mit dem Talk. Spielzeug. Sachen. Toy Story. Toy Story 5. Ähm. Poster. Einmal uns zu überlegen. Fox wär so stolz. Äh, ja. Ich nehm die Scheißposter nicht mit. Dann lass halt da. Ich glaub nicht. Ähm. Wohnzimmer. Mit dem können wir nicht reden. Socken unterm Bett. Die können wir doch mitnehmen. Warum zum Geier sollt ihr die Socke mitnehmen? Die bleibt schön da liegen. Ja gut. Dann halt nicht. Nur ne Socke. Die war schon da, als ich eingezogen bin. Okay. Unterhose. Warum zum Geier sollt ihr die Socke mitnehmen? Hatten wir schon. Essen. Sockenkauen ist einfach nicht mein Ding. So. Glühbirne. Plakate. Poster. Das gefällt mir ganz gut. Nimmst mit. Also das nenne ich mal Hochkultur. Ähm. Alles mal einklicken. Nö. Danke. Noch ein Booster. Das gefällt mir ganz gut. Das kenn ich doch. Wenn das mal nicht Rick and Morty ist. Nein. Das ist doch hier. Das kommt mir bekannt vor. Ist das Rick and Morty? Schau uns aus. Also das nenne ich mal Hochkultur. Ja. Das ist wirklich Hochkultur. Das erinnert mich stark an Rick and Morty. Wenn ich mich komplett aure. Danke. Ist das ne Szene auszweifend macht's? Das gefällt mir ganz gut. Das könnte Rocky sein. Nö. Danke. Okay. Fenster. Hina ausschaut. Würde gern sagen, wie schön noch die Aussicht ist. Wäre aber gelogen. Tja. Nicht jeder kann die perfekte Wahl beleben. Glaub, ich nehme lieber die Tür. Ach. Warum so ein Spießer? Guten Morgen, oh Welt. Süß. Warum sollte ich einen Bäcker mit rumschleppen? Ne, mach ihn kaputt. Nicht rumschleppen. Kaputt machen. Diese teuflische Erfindung erinnert mich jeden Morgen daran, dass ich noch lebe. Mhm. Ich hasse dich, du widerliches Stückschrott. Jep. Ich fühle mit dir. Und dann ins Wohnzimmer. Tief out. Im Badezimmer. Rauchst du mit Beklebowski? Den Dudes drauf? The Dude. Schauen wir's uns mal an. Der Dude. Ein echtes Vorbild. Man sollte ihm ein Denkmal setzen oder sowas. Joa. Der Dude. Dann hatten wir. Ich rede nicht mit Dingen. Außer Mortimer. Warum nicht? Gefällt mir da ganz gut. So. Klo-Sitz. Oh. Aufs Klo-Sitz. Da sind wir. Setzen. Ja. Später vielleicht. Okay. Die Menge Leckereien sind da schon runtergespült worden. Das ist eine der widerlichsten Ideen, die ich je gehört hab. Ja. Wasserhahn. Hey. Man soll kein Wasser verschwenden. Das. Ja. Ein stinknormaler Wasserhahn. Das ist richtig. Ich hab grad keinen Durst. Ähm. Duschen gehen. Die Klüber auswechseln. Zähne putzen. Ach was. Ähm. Ähm. Hm. Da hab ich schon mal gerade. Ein kleiner. Errungenschaft. Reingeschaltet. Flur. Mortimers Zimmer. Wendes Zimmer. Ähm. Fernbedienung. Schauen wir uns das. Erst mal hier rum. Ähm. Die Küche sieht. Auch nicht so im Schaus. Ich kling schon wie meine Mutter. Ähm. Jetzt gerade nicht. Ähm. Die Fernbedienung. Ich glaub nicht, dass ich mit einem Gegenstand reden sollte. Warum denn nicht? So ein Spießer. So vielleicht. Geht's gerade nicht. Die Bücher. Seht den wichtigsten Einrichtungsgegenstand im ganzen Haus. Genau. Wie könnte ich sonst meine Filme genießen? Preiset den Herrn für ungeschützte WLAN-Verbindung. Er sagt es. Amen, Herr Liria. Juhu. Grünes Kraut. Damit können wir uns doch bestimmt halten. Brauch ich nicht. Mein Lebensbalken ist voll. Wo sind die... Ah, hier sogar mit Logo drauf. Mit... Wo sind die wieder am Bordner Logo drauf? Eine Anspielung. Ich hätte das grüne Kraut in der Villa lassen sollen. Sehr schön. So viele schöne Anspielungen. Brauch ich nicht mein Lebensfall? Ja. Brauch ich nicht. Ja. Und hier ein Film von... Ah, ich wusste es vor... Ich... Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Ja, ich wusste es vorhin schon. Da habe ich mich fast versprochen. Ja, ich habe den... Ich habe die ersten... Also bis hier ins Wohnzimmer habe ich tatsächlich schon geguckt. Muss ich mich jetzt mal verraten. Ich wollte mal gucken, was ich... Worauf ich mich einlasse. Deshalb habe ich da schon mal bei einem anderen... Ich habe jetzt Bär geguckt. Besen, Igitt. Ich anfassen. Oh, er fässt ihn tatsächlich an. Achso, das ist das Inventar. Da haben wir Raste vom Thunschub, Fisch-Sandwich. Fettiges Papier. Der Besen. Und dem Herz, Geldwürttel. Ähm. Blödsinn. Kompidieren. Das ist einfach nur dumm. Mit Besen fegt man gewöhnlich. Auch wenn ich persönlich damit keinerlei Erfahrung habe. Jo, das glaube ich dir... Mit Wesen fegt man gewöhnlich. Mit Wesen fegt man gewöhnlich. Auch wenn ich persönlich damit keine... Hm. Gut, dann nicht. Ein Yoshi-Ei. Nichts Nützliches. Auch das ist so einiges Nützliches drin. Hier, altes asiatisches Essen. Das kann man bestimmt noch mal pfen. Ich rede nicht mit einem Objekt. Hei, 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 hei. Yoshi-Ei kann man nicht anfassen. Buchstützen. Tetris-Buchstützen. Auf gar keinen Fall. Die stützen meine geliebte Dostoyevsky-Gesamtausgabe. Dostoyevsky. Alles klar. Buchstützen. Eine Socke. Mega-Man war der Helm. Genau. Mega-Man. Mega-Man. Futter. Von hier kann man die Straße sehen. Jo. Ähm. Na dann. Ähm. Pizza-Schachtel. Kann man doch bestimmt noch genießen. Nein, halt genießen. Lieber nicht. Die Pizzen vegetieren schon viel zu lange in der Anrichte. Ähm. Hier mache ich nicht sauber. Mortimer ist dran. Mortimer ist immer dran. Genauso. Ich glaube ein paar von den Salamischeiben haben angefangen sich durch Mitose zu vermehren. Ach. Irgendwer wird hier schon mal sauber machen. Äh. Jo. Und hier Seldas Schwert. Äh. Links Schwert. Ähm. Wollst du mal ein bisschen... Wollt ein bisschen ärgern. Seldar-Fans. Kühlschrank. Kann ich nicht machen, amigo. Da klebt irgendwas die Tür zu. Bah. Kleebt was nicht. Ich hätte ja so gern einen Kühlschrank. Also einen der auch funktioniert. Hat jemand gelligen Ratten gespielt. Und dass man nicht Atari ist. Ich hätte ja so gern... Mein Kühlschrank. Ähm. Schublade. Es hilft sicher nicht, sich grün anzuziehen und sich auf die Suche nach dem Triforce zu machen. Nicht. Jedenfalls im Moment nicht. Die Prinzessin. Seldar-Rotten. Von unserer letzten Halloween-Party. Hm. Ach, das ist ja ein komplettes Kostüm. Ich rede nicht mit einem... Ja. Hab ich jetzt erst gesehen. Der Bumerang. Hier den... Die Heldenuniform und... Gürtel. Sehr schön. Neueste Nachrichten. Todays News Today. Todays News Today? Also... Naja. Todays... Okay. The Sun... The Sun... Dry... Tips... Ich glaube wohl gestern. Some day. Some day. Choose life, choose a job, choose a... He. Da... ...könig... nicht genug platz für den ganzen müll mord immer was scheiß drauf da gehe ich nicht mehr rein könnte mich ja irgendwas angreifen der flur ich gehe zur arbeit arbeit ist das mein kater oder klopft der tod schon wieder an die tür wer auch immer sie sind ich will sie nur wissen lassen dass ich die knarre meines vaters und das den scheiß und macht die tür auf mr marconi sind sicherlich kein vertreter macht die tür auf ich bin froh dass sie das aber machen sie das bitte nie wieder verdammt hicks wovon redest du davon mich so zu erschrecken neue hosen kann ich mir gerade nicht leisten mann kenneloni hast du mich gerade kenneloni genannt ach kommen sie ich hatte eine schreckliche nacht könnte schwören dass mir jemand die ganze zeit ins ohr geflüstert hat dass ich verflucht bin und ich bin fast dass ich wieder in den schrank gepisst habe weißt du was für ein tag heute ist ähm ein hübsches weißes häschen übrigens ähm oh nein wollen sie etwa das frettchen aus dem rohr entfernen ich weiß nämlich nicht ob ich's körperlich ertragen kann ihn den ganzen tag ins maurer dekolleté zu sehen echt witzig die miete hicks wie immer bist du zu spät dran ich sehe mein geld nicht ich auch nicht mr marconi aber kommen sie schworen bin doch nur ein paar tage überfällig keine große sache du schuldest mir die letzten drei monate da muss es wohl irgendwo probleme mit dem papierkram gegeben haben verdammte bürokratie ich werde mal mit meinem finanzberater reden ich melde mich bei ihnen so schnell ich kann bitte hicks du hast so viel mit einem finanzberater am hund wie ich mit balletschuhen lass dir was besseres einfallen so wie damals als ich sie mit goldmünzen bezahlen wollte das waren golden angemalte kronkorken ich habe drei wochen gebraucht um die farbe von meinen händen zu kriegen mr marconi ich wollte ja mit ihnen reden aber ich fürchte ihnen wird nicht gefallen was ich zu erzählen habe da bin ich sicher ich habe das gefühl wir driften auseinander wovon redest du da ich treffe jemand anders verstehen sie das nicht falsch ich liebe sie noch immer und alles es ist nur ich glaube nicht dass das mit uns beiden was wird was zur hölle nein sagen sie jetzt nichts wir beenden das besser jetzt bevor das verlangen wir haben uns übermacht aber halten sie mich nur ein letztes mal gott verdammt gib mir einfach mein geld mir reicht's mr marconi ich habe ein problem du wurdest mit einem problem geboren nein so war das nicht das ding ist mein job macht mich wirklich fertig ich werde ausgebeutet es kommen immer hunderte von bestellungen rein die alle pünktlich und in perfektem zustand geliefert werden müssen und wissen die was das schlimmste ist mir egal die kunden alles egoisten die sagen nie danke oder schönen tag noch die behandeln mich wie dreck wissen sie als hätte ich keine gefühle die sagen nur sachen wie das paket ist kaputt das paket sollte nicht tropfen das ist nicht die adresse die sie suchen ist es denn so viel verlangt dass sie einfach unterschreiben und ihr kaputtes paket behalten randall ja mr marconi du arbeitest für den schäbigsten kurierdienst der stadt und du denkst länger darüber nach wie du von der arbeit weg kommst als du tatsächlich arbeitest wow 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 mr marconi das ist aber so nicht ganz richtig doch das ist es randall du bist wie ein sohn für mich weißt du was das heißt ja prösterchen dass ich beim nächsten sonntagsspiel aufgeregt nach ihnen der menge suche wenn mein team gewinnt in der hoffnung dass sie da sind doch sie werden nicht da sein und ich sterbe innerlich ein kleines bisschen jesus h christ deine eltern tun mir leid danke mr marconi sie sind wie der vater den ich immer wollte dieses jahr zum vatertag mache ich ihnen eine ganz besondere karte mit makaroni und glitzer du machst mich fertig hicks nimm dir lieber ein beispiel an deine mitbewohner mortimer der ist ein echter arbeiter wovon reden sie doch der typ ist seit monaten nicht aus seinem zimmer gekommen er ist der perfekte mieter er ist ruhig und macht mir nie irgendwelchen ärger alles was du kannst ist mir das leben zur hölle machen ich weiß mr marconi keine megafone mehr nach zehn uhr wie versprochen und soweit ich weiß spricht mortemann nicht mal unsere sprache lass ihn in ruhe versuch lieber selber verantwortungsvoller zu sein nix wie wär das fang mal was mit deinem leben an herr gott noch mal ja ja geht sofort los übrigens sie sagten sie würden mit meinem megafone wiedergeben ich will mein geld jetzt aus dem motto gerade erwähnen er sollte sie bezahlen ich hatte gerade das was mit den alkoholiker kreisen als moment der klarheit bezeichnet ich habe meine hälfte letzte woche mortemann gegeben das reicht ex dein mitbewohner ist ein vielbeschäftigter mann also erspar ihm deine lüge wieder rein und bring das in ordnung ich gehe nicht hier weg bevor du bezahlt hast vielbeschäftigter man alles mr marconi wussten sie dass es da dieses gerüchte dass sie so viel geld haben dass sie gar nicht wissen wohin dann sehe ich für dich aus wie größe sie sehen eher so aus als müssten sie in einer mülltonne wohnen sehr witzig weißt du was ein anruf von mir und du wärst fischbutter ich bin nicht der typ für marine fauna aber wenn eins dadurch klar wird dann das dass sie ein wohlhabender mann sind da fällt es doch gar nicht auf wenn ich diesen monat keine miete zahle okay mr marconi ich sehe mal was ich machen kann jo wieder zurück in der wohnung mordzimmer genosse mord immer alarmstufe rot der alte marconi will dass wir unsere schulden bezahlen heute mordzimmer lass den scheiß und gib mir das geld oder du warst morgen mit meinem kopf auf dein kissen auf und du bist der nächste wenn ich ihm sage dass du mrs marconi liebesbriefe geschrieben hast gehst du mit unter mein freund ich habe kein wort verstanden ich dachte wir hätten uns drauf geeinigt dass einmal knonen nein heißt und zweimal ja ich bin schon so weit dass sie dir einfach die türen eintreten und dir aufs dach steige warte mal dreimal knonen alter die ansage war zwei heißt ja eins heißt nein aber drei was soll das übrigens ich habe ihn kennel ohne genannt und mich über seine körperhygiene lustig gemacht viel spaß ich könnte zur arbeit gehen und nach einer gehaltserhöhung fragen aber ich fürchte vorher muss ich noch einen weg herausfinden ich will mich nicht nur mal mit marconi und der ader auf seiner stirn anlegen zusammen machen die mich fertig äh ja haben wir eigentlich schon das absurd in unserem zimmer ja haben wir eigentlich auch schon die feuertreppen die feuerleiter ja gute idee ich mag diesen metallischen körper da fühle ich mich sicher oje das klingt doch nicht hübsch was zur hölle war das kam das von der feuerleiter vielleicht sollten wir noch mal darüber nachdenken so furchteintlösen wie marconis haarige ader ist es noch lange nicht würde ich wetten oder vielleicht doch also dem klang nach ist ein scheiß monster in der gasse jetzt mal im ernst ich bin relativ zu jung um zu sterben okay ich sterbe also hier aber wenigstens werde ich dem tod in die augen sehen und sagen ich fürchte dich nicht schon wieder dem tod in die augen sehen was hat denn nur mit dem tod und dann mal hin und tappt uns oh frauen nachbarn oh all das wegen einer dämlichen dreckigen katze entgegen naja schon irgendwie peinlich immerhin hat es keiner gesehen außer der katze und natürlich mrs groser ähm hallo hallo mrs groser wie läuft's und wie geht es mr groser ist seine hüfte schon wieder in ordnung das mit dem rollschuhvorfall das tut mir aufrichtig leid ich hätte wissen sollen dass sie in die treppe runter schubsen keine gute idee war normalerweise erzähle ich den leuten einfach dass es mord immer war mrs groser kann ich reinkommen ich muss runter zur straße aber durch meine tür kann ich grad nicht können sie mich hören verdammt sind sie taub oder ausgestopft ich muss mich wohl einfach der blöden katze stellen mhm mrs groser findet mein abenteuer richtig aufregend sie blinzelt nicht mal ich traue mich nicht sie anzufassen was wenn sie nur ein geist ist dann fassen wir nein nicht doch was mal die katze an ja ich will nicht man klingt genau wie matt beim reiern frag mich ob die auch anderthalb kästen bier getrunken hat ähm braves kätzchen bleib lieber von hier weg ähm blumentopf ein scheiß blumentopf den soll ich jetzt auch noch mitnehmen warum denn äh katze das ist mrs grosers toppflanze ganz hübsch äh ich rede nicht mit ja stinkende katze wie was wo wann wie kommen wir hier weg wieder nach oben ja ist nicht so die lösung ähm sehr gut da hängt in der tona haken ich muss die leiter los machen aber ich komme nicht an diesen scheiß haken ran hm topfkarts ich komme nicht ran tja ähm nein nicht mitreden ich muss die leiter los machen aber ich komme nicht an diesen scheiß haken ran nicht den haken darum bitten dass er lose wird ähm inventor ähm besen die leiter die leiter nicht tja ähm blödsinn viel mehr haben wir nicht im ende mit besen fegt man gewöhnlich ja mit besen fegt man gewöhnlich auch wenn ich persönlich damit keinerlei erfahrung habe ähm hier vielleicht mit besen fegt man gewöhnlich äh ja gut ähm da besen da dings da katze ich will keinen streit anfangen dieses tier sieht gefährlich aus ja schubs doch dann ist schnell nach unten als da katze sein kannst mit ähm ja ein so ist wir hier noch irgendetwas den mülsack können wir den mitnehmen zurück in das zimmer schachtel bekam's nee da brauchst du aber was bin doch nicht irre ja ja nicht nur unterzocken ähm fernbindelung oh eine fernbindelung auf gar keinen fall die stützen meine geliebte dostojewski gesamtausgabe können wir mit der fernbedienung irgendwas machen ja, du kannst das abhauen jetzt gerade nicht fernbedienung und lesen, wie soll das gehen hier mache ich nicht sauber ja, bleibt nicht viel wie sollen wir das anstellen so, können wir die jetzt mitnehmen ja, hätte sein können hm, also vielleicht tun wir sie mit der fernbedienung steuern äh, ich weiß ja nicht warum? hätte sein können, das ist ja ne möglich ne 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 mit besen fegt man gewöhnlich tja, ähm das gebe ich nicht weg tja, also das ist der geldbeutel von meinem besten freund den sollte ich zurück geben oder ihn auf die katze werfen das behalte ich lieber ach man ähm wenn du das für ne gute idee hältst, wie wärs mal mit ner Pause vom Spiel ähm das wär ne gute idee da wo er es gerade sagt wo er es schon sagt ähm die mach ich gerade mal ähm, sind wir schon ein bisschen weiter gekommen ähm, ich weiß jetzt grad nicht wie ein Dank der Punkt ist, aber den bände ich an dieser Stelle ja bis dann tschau oder was bei 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 bei